Im ersten Jahr, wir wollen ja jetzt auch hier direkt den Beweis eintreten, du hast ja auch im ersten Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr hingelegt. Das muss man ja sagen. Jetzt fragt sich ja der ein oder andere da draußen auch, hey, ich will Makler, ist ja spannend, da zu starten. Was war denn bei dir der Grund zu sagen, das ist cool, das will ich. Was hast du konkret als erstes gemacht? Oh, 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 oh. Der Liebercoaching der lieben Isabel. Isabel, stell dich mal kurz vor, wo kommst du her und wie lange bist du überhaupt schon Maklerin? Ja, sehr gerne, Heinz. Also ich bin Isabel, bin jetzt 38 Jahre alt und bin in Düsseldorf ansässig und möchte dort auch als Immobilienmaklerin durchstarten. Wiederreichen am besten natürlich. Sehr cool. Wie lange bist du denn schon dabei? Knapp ein Jahr. Knapp ein Jahr. Und was war denn, oder andersrum, wo kommst du denn überhaupt her, aus welcher Branche oder aus welchem Bereich? Ich bin ursprünglich aus dem Bereich Buchhaltung tatsächlich. Und zwar Leiterin, Controlling, Rechnungswesen. Das war so meine Heimat. Was mit Zahlen zu tun? Ja, Finanzen, Zahlen, ganz genau. Jetzt fragt sich ja der ein oder andere da draußen auch, hey, ich will Makler, ist ja spannend, da zu starten. Was war denn bei dir der Grund zu sagen, das ist cool, das will ich? Zunächst einmal, ich bin relativ extrovertiert von meiner Art her. Ich habe immer gedacht, vielleicht ist so Verkauf, so Sales ist irgendwie mein Ding. Und vor allen Dingen aber auch, dass ich viel Freiheiten habe und auch projektbezogen arbeiten kann. Also wenn man Immobilien verkauft, dann ist das ja danach abgeschlossen sozusagen. Im besten Fall entwickeln sich natürlich weitere Aufträge. Aber man hat halt auch viel unterschiedliche Dinge, die man da machen kann. Es ist also nicht eintönig, sondern immer wieder was Neues, immer wieder neue Herausforderungen. Und natürlich auch mit privaten Menschen zu tun zu haben und nicht immer nur B2B. Das ist was, was mich unheimlich gereizt hat. Und Immobilien als solche, also Häuser, Wohnungen, finde ich super interessant. Ich habe auch selber investiert damals. Und dann habe ich mir gedacht, boah, da wird ein Schuh draus. Also Finanzierung und Immobilien und so weiter, das passt irgendwie zusammen. Was waren denn deine Erfahrungen? Du sagst gerade, du hast Immobilien gekauft. Was waren denn deine Erfahrungen jetzt mit Maklern? Die waren teilweise wirklich grenzwertig, muss ich sagen. Man hat sich schon gedacht, naja, also irgendwie kannst du das wahrscheinlich besser. Ja, oder man sollte da auf jeden Fall für sorgen, dass da eine gewisse Qualität, ein gewisser Standard auch reinkommt. Denn es geht ja auch um viel Geld am Ende. Und da habe ich teilweise gedacht, also ich finde es furchtbar, wie teilweise die Unterlagen aufbereitet waren. Also Finanzierungsstopps hatten wir drin, dass die Banken da teilweise wirklich lange warten mussten. Okay, also Objektunterlagen, Käse. An der Stelle kleiner Spoiler. Wir haben zu diesem Thema entweder schon ein Video hochgeladen oder in Planung. Das Thema Finanzierung ist letztendlich, also bitte hier auf dem YouTube-Kanal mal gucken, also da ist wirklich was am Start. Das Thema Objektunterlagen ist eine Vollkatastrophe, kann man so sagen. Ja, das ist generell so. Okay. Kannst du noch so ein, zwei Punkte sagen, die dir aufgefallen sind, wo du sagst, ey, das machen die wirklich echt schlecht? Ja, zum Teil die Fotos zum Beispiel. Also ich meine für mich als Investorin war das super, weil wenn eine Mobil schlecht dargestellt ist, hast du nicht so viel Konkurrenz natürlich am Ende, die mit dir mitbietet sozusagen. Und aber auch der Umgang. Also teilweise viel Druck wurde aufgebaut seitens der Makler. Ich habe zum Beispiel für eine kleine Wohnung, hatte mir ein Makler gesagt, ja, ich habe auch internationale Kunden, die das hier alles ungesehen kaufen. Die würden auch mir morgen was unterschreiben. Also wenn sie nicht hier vor Ort jetzt mit mir eine Reservierung unterschreiben, dann ist die Wohnung weg. Das ist natürlich Kokolores, wenn wir mal ehrlich sind. Und das ist Quatsch. Ja, es ist Quatsch. Also komische Methoden. Ganz genau. Ja, merkwürdige Methoden. Ja, merkwürdige Methoden. Genau. Okay, das ist natürlich nicht cool, aber leider Gottes ist es so. Also das heißt, Werte zu leben als Maklerin, als Makler ist wirklich sehr, sehr wichtig. Hattest du denn den Eindruck von den Maklern, mit denen du zu tun hattest, dass die irgendeinem System folgen, irgendeiner wirklich, also Professionalität oder wie würdest du das bezeichnen? Ich lache schon, weil man hat es schon gemerkt, wenn jemand Professional war, also waren jetzt nicht alle Makler irgendwie, natürlich doof, ist klar. Ja, aber man hat schon den Eindruck gehabt, dass das teilweise wirklich so durcheinandergewürfelt ist, also nicht wirklich, auch so von Feedback her beispielsweise. Man hat eine Wohnung angefragt, man hat vielleicht eine Woche später mal ein Exposé bekommen, wenn man Glück hatte teilweise. Dann haben sich die Makler danach gar nicht mehr gemeldet oder so. Also das ist schon, wenn man da ein System hat und ganz genau weiß, wie der Ablauf ist, dann würde sowas natürlich nicht passieren. Also man könnte doch auch sagen, wer da draußen behauptet, dass die Makler wirklich gut arbeiten, weil wir haben ja nur jeden Tag mit vielen Maklern zu tun, du weißt das, du kennst mich ja auch. Und wer da draußen behauptet, dass die Makler wirklich gut arbeiten, das ist nicht der Fall. Punkt. Der große Teil arbeitet eben nicht professionell. Punkt, aus, Ende. Und da beißt die Maus kein Faden ab, dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Das ist so. Ja und vor allen Dingen, man tut ja auch der ganzen Branche keinen Gefallen. Es kommt ja allen Kollegen auch zugute, wenn wir alle gute Arbeit abliefern, weil das dann eben auch, vielleicht würden viel mehr Leute auch einen Makler engagieren, wenn nicht der Ruf teilweise so schlecht wäre. Ja und das liegt in der Arbeitsweise. Punkt. Korrekt. Okay, haben wir das abgehakt. Jetzt gehen wir mal darauf, wie bist du denn gestartet? Weil unsere Zuschauer, die jetzt auch starten wollen, die fragen sich natürlich auch, was ist denn so der richtige Start? Ja. Du hast ja einen bestimmten Weg dir ausgesucht. Was hast du konkret als erstes gemacht? Ja. Weil ich vorher auch Baufinanzierung gemacht habe. Ich bin erst in die Baufinanzierung eingestiegen. Und meine Schwiegermutter tatsächlich, die hat ihr Haus verkauft damals. Das war ein super Start für mich. Und ich würde auch jedem empfehlen, erstmal nebenbei sich ein Netzwerk aufzubauen. Und dann kann ich jedem vielleicht mal so erzählen, dass man das irgendwie vielleicht mal vorhätte. Und da auch gerne, wenn jemand was hört, jemand was verkauft, dann mit einem Objekt einzusteigen. Also ich finde, es ist das Beste. Klar, Tippgeber, Netzwerk, Bekanntenkreis. Und wenn du ja als Typ, so wie du, auch, ich sag mal, dass das Herz auf der Zunge trägt, also gut kommunizieren kann, dann wissen das ja auch deine Freunde. Dann trauen die dir das entweder zu oder du bist halt jetzt eine Pfeife und dann trauen sie es dir nicht zu. Also das ist ja schon mal ein guter Beweis. Traut mir mein Umfeld etwas zu? Und das war ja bei dir so. Die haben dir was zugetraut und dadurch hast du auch den ersten Deal dann sozusagen bekommen. Ja, ja, auf jeden Fall korrekt. Und dann hatte ich das Glück, dass die Käufer des Hauses eben dann auch ihre Immobilie verkaufen wollten, beziehungsweise die Immobilie der Schwiegermutter. Und so kam da das eine zum anderen. Halte fest, also das heißt, wenn du einen guten Job machst, wenn du dich engagierst, dann bekommst du aus von dem einen Verkauf zum nächsten Verkauf, wenn du dich nicht ganz dumm anstellst. Kann man so sagen, ne? Ja, deswegen ist auch, wie du immer sagst, jedes Objekt auch eine ganz klare Werbung für den Makler selber. Also es ist eigentlich eine Marketingaktion. Ja, und ich, also so war mein Einstieg jetzt in die Immobilienbranche und ja, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Jetzt geht es ja um das Thema Ausbildung, weil es ist ja immer nur so eine Situation, wo jemand sagt, was ist jetzt der richtige Schritt? Und da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Und du hast ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine dieser Varianten auch wahrgenommen am Anfang. Was hast du da konkret gemacht? Ja, ich habe, ich glaube, das ist ziemlich klassisch, die IHK-Ausbildung zur Immobilienmaklerin begonnen. Also geprüfter Immobilienmakler. Geprüfter Immobilienmakler, genau. Begonnen. Ich glaube, mehr brauche ich nicht zu sagen. Also ich habe es nicht durchgezogen. Okay, weil? Ja, es ist sehr ermüdend, sehr langweilig. Es ist auch nicht, dass ich jetzt weiß, wie ich jetzt Schritt für Schritt konkret vorgehen kann. Aber es hat eigentlich nichts mit der Praxis zu tun? Es hat überhaupt nichts mit der Praxis zu tun. Es wird dir nur beigebracht, was in den Gesetzen steht eben. Aber wirklich praktische Dinge an die Hand werden einem eigentlich nicht gegeben. Also du stehst da wie ein Ochs vor dem Berg am Ende. Okay, aber da würde ich jetzt gerne mal kurz mal drin ein bisschen bohren. Und zwar aus folgendem Grund. Also letztendlich, wenn ich das richtig verstehe, ist die Absicht im Prinzip eigentlich irgendwelche Gesetzestexte zu wälzen. Irgendwelche theoretischen Dinge, die für die Praxis in der Wirklichkeit nicht relevant sind. Deshalb meine Nachfrage an der Stelle. Ist das, was dort, also ich sage ja nur, wie ich es sehe, ja, du kannst es mir bestätigen, du kannst aber auch gerne verneinen, dass dort wirklich nur dafür gebüffelt wird, um am Ende ein Zertifikat zu bekommen? Ja, also man kann sagen, okay, das Zertifikat, das ist natürlich auch teilweise, denkt man zumindest, wichtig, ja, dass man irgendwie was vorweisen kann, ja, also dass man halt eben eine Ausbildung gemacht hat. Man lernt, natürlich lernt man auch was, aber nicht das Essentielle meiner Meinung nach. Also nicht das, was einem in der Praxis, was, darum geht es ja, ich sage ja auch, auch hier bei uns auf dem YouTube-Kanal gibt es auch ein Video dazu, Ausbildung hat einen Zweck, dass das, was ich lerne, in der Praxis, also in meinem Beruf, anwenden kann. Und hier muss einfach ein Umdenken auch in Sachen Ausbildung stattfinden. Ja, man muss einfach mal aufhören, sich irgendwelche Zertifikate an die Wand zu kleben, weil was bringt mir das, wenn ich eine Ausbildung mache, ich bin aber nachher nicht in der Lage, diese Ausbildungsinhalte in der Praxis anzuwenden und in dem Beruf, den ich da lerne, erfolgreich zu sein. Dann ist eine Ausbildung ein Zertifikat für den Hintern. Punkt, Außen, Ende. Da gibt es keine zwei Meinungen, ja, das ist Dummheit, wenn da draußen einer der Meinung ist, dass ein Zertifikat mich berechtigt dazu, zu sagen, ich beherrsche diesen Beruf. Das ist Bullshit und dafür trete ich ein und dafür kämpfe ich auch, weil das so nicht korrekt ist. Das ist einfach dumm. Punkt. Jetzt kommen wir aber dazu, bin ich jetzt fachlich hochversiert, wenn ich diese Ausbildung gemacht habe, ja oder nein? Ich würde sagen, fachlich wahrscheinlich ja. Wie gesagt, ich habe sie ja nicht zu Ende gemacht. Das würde ich schon sagen, aber was tun wir denn am Ende, Heinz? Wir verkaufen ja. Wir verkaufen. Und das Verkaufen kommt mir da viel zu kurz. Wir müssen Umsatz machen, wir müssen verkaufen. Für unsere Kunden, aber auch für uns selbst natürlich, für das Unternehmen. Und das ist halt etwas, was viel, viel zu kurz kommt. Und du hast ja im ersten Jahr, wir wollen ja jetzt auch hier direkt den Beweis eintreten, du hast ja auch im ersten Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr hingelegt. Das muss man ja sagen. Also das heißt, du hast im ersten Jahr schon richtig schön Geschäft gemacht. Du hast also in einem hohen sechsstelligen Bereich oder mittleren sechsstelligen Bereich schon Umsatz gemacht. Und das war sehr erfolgreich, oder? Ja, definitiv. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Dann hast du aber irgendwo eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, du möchtest dich nochmal ein bisschen verbessern? Oder wie ging es denn weiter? Ich habe mich wirklich regelrecht gesehnt nach jemandem, der mir eben wirklich praktische Dinge, wie gesagt, an die Hand gibt. Ja, weil, weißt du, teilweise ist es ja so, solange wie man viele Aufträge hat und alles gut läuft, ja, ist man irgendwie happy und denkt, ich kann das ja schon. Dann muss ich aber ehrlich sagen, irgendwann sind die Aufträge so einfach so ein bisschen zurückgegangen. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an dieser ganzen Zinswende und so diesem ganzen Thema auch. Aber auch so definitiv habe ich auch neu begonnen. Ich habe diese Blaupause tatsächlich gemacht, weil ich bin auch umgezogen. Das heißt, ich habe die Region geändert. Da kennen mich die Leute zwar, aber eben diese Folgegeschäfte, die bleiben dann aus. Man steht tatsächlich ein bisschen wie ein Ochs vorm Berg. Wo fange ich jetzt an? Vor allen Dingen wie? Und wenn man wirklich mal in die Praxis geht, ergeben sich so viele Fragen. Wenn ich jetzt Flyer mache, ist ja schön und gut. Was soll draufstehen? Wie viel verschicke ich überhaupt? Wie mache ich denn eine richtige Marktanalyse? Also das sind ganz essentielle Fragen, wo ich einfach Hilfe benötige. Also wieder das Thema Objektakquise, generellakquise, Einkauf und Verkauf. Also wirklich die wichtigen, übergeordneten Dinge, um erfolgreich das Maklerbusiness zu betreiben. Und da bist du jetzt, auf welchen Wegen auch immer, bist zu mir gekommen. Und jetzt sag mal vorher, nachher, was ist so jetzt deine Erkenntnis? Du bist ja jetzt auch noch nicht so lange dabei, deshalb habe ich dich auch bewusst eingeladen, weil du noch nicht viele Monate oder vielleicht schon Jahre mit mir zusammenarbeitest, sondern recht kurz. Jetzt gib doch mal den Leuten da draußen mal einen Vergleich zu meiner, ich will es gar nicht mehr Coaching nennen, sondern zu meiner Ausbildung, die du bei mir bekommst. Und vielleicht einen kleinen Spoiler in Richtung Inhalte. Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, aber sag mal den Vergleich. A, ich fühle mich deutlich sicherer als vorher. B, ich habe jetzt wirklich einen Plan an der Hand, wie ich jetzt wie vorgehe. Und es macht auch Spaß, das Ganze umzusetzen. Was aber auch ein unfassbar wichtiger Faktor ist, ist auch der, dass man so motiviert bleibt. Weil du, dein ganzes Team, auch diese Community mit den anderen Maklern, die motivieren sich. Wir motivieren uns alle gegenseitig so sehr, dass man einfach morgens richtig Bock hat, aufzustehen und richtig viel zu reißen. Also für mich zum Beispiel, ein kleines Beispiel, eben Spoiler. Allein die Mappe, die man zum Einkaufsgespräch mitnimmt, zum Kunden, die gibt mir schon so viel Sicherheit im Ablauf, dass ich einfach nur denke, allein das ist schon ein Erlebnis für dich, Kunde. Bitte nimm das wirklich mal hier in Anspruch, dass ich zu dir komme und wir uns mal unterhalten. Wie viel Sicherheit bekommst du denn durch die ganzen Vorlagen, die du von uns bekommst? Unheimlich viel, ja. Also ihr habt ja wahnsinnig viele Vorlagen. Also wirklich für alles. Also ihr habt ja nichts vergessen. Also es gibt ja wirklich auch Dinge, an die ich überhaupt nicht gedacht hätte natürlich. Es ist ja auch so einfach. Du musst ja nur Bilder austauschen, ein paar Texte austauschen und das war's. Und du hast ein fertiges Produkt, wo du vielleicht auch, und das im Übrigen auch zum Thema Geld sparen, enorm viel Geld sparst. Weil du kannst natürlich jemanden engagieren, der die Texte schreibt. Du kannst jemanden engagieren, der dein Design macht. Du kannst eine Ausbildung eben auch bezahlen und alles Mögliche. Da hast du aber noch nichts an der Hand. Also sprich, also Kostenleistung ist einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Genau. Und jetzt nochmal, wenn du jetzt das mal vergleichst. Das eine ist Theorie. Die nimmt man ja bei uns, ich glaube, das darf ich jetzt mal wirklich vorwegnehmen, die kriegt man ja bei uns eigentlich noch for free mit dazu. Ja, kriegst du nebenbei mit, genau. Oder die kriegt man, kann man wirklich nicht nebenbei im Sinne von, wir geben keinen Wert drauf, sondern die Inhalte in unseren Calls und so weiter. Es geht ja sehr viel um fachliche Dinge. Das ist ja, ich sag jetzt mal. Man merkt es gar nicht, weil es so spannend ist und so unterhaltsam. Ja, man merkt es nicht. Exakt. Und jetzt mal von der Wertigkeit. Wenn man sagt jetzt so, ich habe da eine theoretische, die man nicht Ausbildung nennen kann, sondern Zertifikatsvorbereitung oder Prüfungsvorbereitung nenne ich die jetzt mal. Und hier eine echte Ausbildung, die einen zum Makler macht, der in der Praxis besteht. Ja. Ja. Den Unterschied, sag den nochmal. Der Unterschied, der ist im Prinzip der, dass man bei euch eben wie so eine Art, man hat das Gefühl, duale Ausbildung macht. Also man ist ja bei euch, während man, also man geht ja alles Schritt für Schritt durch, macht es mit und muss ja parallel, fängt man ja schon an, die Dinge umzusetzen. Das macht ja ganz viel Spaß. Und da ist irgendwo auch für mich der Unterschied zu dieser IHK-Geschichte zum Beispiel. Also ich will jetzt kein IHK-Bashing machen, um Himmel als Willen. Darum geht es ja gar nicht. Darum geht es nicht. Aber ich weiß ja, dass viele wie ich wahrscheinlich genau vor dieser Frage stehen, was mache ich denn jetzt und wie gehe ich am, was ist für mich die beste Ausbildung, aus der ich am meisten ziehen kann, sowohl fachlich als auch wirklich im Doing, im Daily Business. Und man hat bei dir ja auch immer, und das darf man auch nicht vergessen im Vergleich zu einer anderen Ausbildung, immer einen direkten Ansprechpartner, der selbst ein sehr erfolgreicher Makler war. Und das gibt eine enorm viel Sicherheit, das im Rücken zu haben. Das kommt ja noch mit dazu. Ja, viele denken ja auch, dass so ein, ich sage jetzt mal, so ein geprüfter Immobilienmakler, IHK-Zertifikat, das irgendwo hängen zu haben, am Ende des Tages ein, ich sage mal, Erfolgsbeschleuniger ist, weil die Kunden darauf reflektieren. Ist das so? Ich kann es dir nicht sagen, weil ich hatte es ja bisher nicht. Ja, aber haben die Kunden mal nachgefragt? Nee, nein. So, das ist ja die Frage, ja? Ja, du hast vollkommen recht. Das fragt ja gar keiner danach, ja? Nee, ja, stimmt. So, natürlich braucht man einen Fortbildungsnachweis, gibt es bei uns übrigens auch nochmal im Vorbeilaufen mit dazu, ja, um das auch mal ganz klar zu sagen, ja. Aber end of the day, und das ist, was draußen sticht, ist eine Sache. Beherrschst du deinen Job? Korrekt. Und merkt der Kunde draußen, dass du das, wovon du sprichst, kannst. Und es wird immer so sein, dass ein Kunde da draußen immer dem, der ein Profi ist und Profi ist man in der Praxis und nicht auf dem Blatt Papier. Korrekt. So, und das soll nicht heißen, dass nicht fachliche Hintergründe, also braucht jetzt gar keiner auf die Idee da draußen zu kommen, dass wir jetzt das Fachliche an sich verurteilen? Nein. Aber nochmal, ich brauche, das will ich auch hier nochmal ganz klar sagen, wenn ich stundenlang auf diesem beschissenen Maklerrecht rumtanze, ja, und da stundenlange Vorträge drüber halte, du hörst von mir einen Vortrag zum Thema Immobilienmakler qualifizierter Alleinauftrag. Und ich sage dir, mach das ordentlich und du wirst niemals Ärger mit einem Kunden haben. Dann ist das doch tausendmal mehr wert als sieben Stunden Maklerrecht, was alles passieren kann, ja. Das kann nämlich dann alles passieren, wenn du Scheiße baust draußen, wenn du nicht einen sauberen Job machst, ja. Wenn du beim Kunden nicht ablieferst, weil dann hat der Kunde keinen Bock eine Rechnung zu bezahlen, ja. Und dann fängst du mit Maklerprovisionssicherungsgedöne an, ja, und dann brauchst du diesen ganzen Kladderabaulchen. Also ich kann mit meiner ganzen über 30-jährigen Praxis, ja, kann ich, ist vielleicht ein- oder zweimal passiert, ja, wo ein Kunde durchgedreht ist, ja, Entschuldigung mal, da schlage ich ein Ei drüber und munterputzen weiter, ja, da brauche ich aber keine Ahnung was, jahrzehntelanges Studium vom Maklerrecht zu machen, ja, wenn du deinen Job beherrschst, ich will das nochmal sagen, ja. Natürlich musst du wissen, was wohin gehört und die Grundlagen, Grundbuch etc. Fachlich muss man topfit sein. Absolut. Aber du musst das auch in der Lage sein, in der Praxis dem Kunden zu kommunizieren und dir nicht zuzuballern, oder? Ich meine, du hast ja gerade eben mal mitgekriegt, wie ich mit einem Kunden spreche, wenn es um eine Immobilie geht. Und, wie war das? Ja, super, top, top. Also vor allen Dingen, du klärst ja auch auf, ne? Also das gibt dem Kunden ja auch den Eindruck, dass du eben Bescheid weißt über das, was du machst. Du bist der Experte. Und nochmal zu dem Thema auch Provisionssicherung. Also mir ist es auch bisher noch nie passiert, okay, in dem Jahr, ne? Da spielt keine Rolle an. Im Gegenteil. Ich habe sogar schon Kunden gehabt, die sozusagen Trinkgeld, also in Form von irgendwie Geschenken oder eben, ne, haben sofort auch bezahlt, nie ein Problem. Und ich glaube auch, es geht ja auch um Vertrauensverhältnis. Und wenn du als Makler deinen Kunden von Anfang an, weil du irgendwelche riesen Pamphlete aufsetzt an Sicherungen, von vornherein auch schon einem Misstrauen dem Kunden gegenüber kommunizierst, dann vertraut er dir im Gegenzug ja dann auch in der Regel nicht, ne? Also es ist immer so ein gegenseitiges Geben und Nehmen und was ihr ja auch sehr hoch haltet und das finde ich auch wirklich löblich und das ist mir persönlich ja mit meinen Werten auch sehr wichtig, dass ihr diesen ethischen Aspekt sehr stark hervorhebt, ja? Und auch das natürlich weckt ja auch Vertrauen beim Kunden, ja? Dass man jetzt nicht irgendwie sagt, ja, wir hauen hier, wir ermöglichen alles, wir versprechen hier alles, wir wollen hier erhöhten Kaufpreis irgendwie umsetzen wollen. Das ist ja alles irgendwo einfach unseriös, ne? Und das merkt der Kunde, wenn man da wirklich aufklärend tätig ist und sagt, wissen Sie, wir können am Ende, wenn wir viele Interessenten haben, gerne noch versuchen, da mehr zu machen, aber man bleibt realistisch, ne? Und das merkt der Kunde auch, das gehört auch zum Vertrauen dazu. Wenn du heute nochmal, letzte Frage, wenn du heute nochmal neu starten würdest, wie würdest du vorgehen? Direkt zum Heinz gehen. Das ist schön. Also versuch mal ein bisschen auszuschmücken, aber wenn du es heute nochmal machen würdest, so jetzt mal von vorne starten, was wäre der Weg? Oder was wäre aus deiner Sicht der richtige Weg? Also viel Marketing auf jeden Fall direkt von Anfang an zu machen, viel mehr am Kunden noch zu gucken, wie man da viel rausholt. Also während man, wie wir es vorhin ja sagten, ein Objekt ist auch eine Werbeaktion für dich. Und das würde ich extrem viel mehr ausnutzen. Ihr schlagt ja auch so viele Aktionen vor, ihr habt ja auch eine unheimlich große Aufklärung, was mache ich vor einer Besichtigung? Wie bereite ich das überhaupt vor, dass das eine richtige Werbemaschine wird? Und das würde ich auch jedem empfehlen, also von Anfang an immer zu schauen, wie kann ich aus dem aktuellen Auftrag so viel wie möglich rausholen? Für Kooperationspartner auch. Also es hängt ja viel mit so einem Haus zusammen. Versicherer, Rechtsanwälte, Steuerberater. Da viel enger schon von Anfang an in die Beziehung zu gehen. Ich skizziere mal den Weg. Also das heißt auf jeden Fall erstmal eine gute Grundlage. Bei uns ist es ja wie ein Business in the Box sozusagen, was man bekommt von A bis Z. Aber zumindestens zu wissen, was brauche ich wirklich in der Praxis, um als Immobilienmakler erfolgreich zu sein? Und das dann sauber Schritt für Schritt auch zu erlernen und dann in der Praxis erfolgreich anzuwenden. Und da ist das Fachwissen ein Teil, der wichtig ist, aber alles entscheidend ist die Praxis selbst. Und wenn du da keinen hast, der dir das beibringt, dann bist du halt sozusagen der durstige Mensch in der Wüste, der nach Wasser sucht. Oder? Kann man dazu sagen? Natürlich. Also du kannst natürlich, wenn du dich mit Gesetzen, kannst du dich ja noch und nöcher auskennen. Wenn du nicht verkaufen kannst, dann hast du verloren auf dem Feld. Dann hast du da auch nichts zu suchen. Genau. Perfekt. Isabel, vielen Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, einfach mal gerne hier einen Kommentar. Seid ihr vielleicht selber gerade in der Situation, als Maklerin oder Makler zu starten und euch auch viele, viele, viele Fragen sich stellen und ihr nicht genau wisst, was ist jetzt der nächste Schritt, schreibt gerne in die Kommentare und vor allen Dingen auch gerne in die Kommentare, wie seid ihr gestartet. Und lasst uns einen Daumen da und vor allen Dingen ein Abo, damit ihr keine Videos mehr verpasst und keine Podcast-Folgen mehr verpasst. Und vor allen Dingen folgt uns auf den sozialen Medien wie Facebook, TikTok, Instagram und wo sonst noch überall. In diesem Sinne alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.